Jedes Kind bringt die Botschaft mit auf die Welt, dass Gott sich von den Menschen noch dicht hat entmutigen lassen. In notwendigen Dingen die Einheit, in fraglichen Dingen die Freiheit, in allen Dingen die Liebe. Das Ich Bin erfüllt mich immer mit neuem Staunen und dies bedeutet Leben. Die kleine Wahrheit hat klare Worte, die große Wahrheit hat großes Schweigen. Die Tiefe einer Freundschaft hängt nicht von der Länge der Bekanntschaft ab. Du kannst keinen Ozean überqueren, indem Du einfach nur aufs Wasser starrst. In der Stärke der Waffen zeigt sich die Schwäche der Menschen. Bei dem Streit um die Wahrheit bleibt der Streit die einzige Wahrheit. Lesen ohne Denken ist dasselbe wie Bausteine anhäufen, ohne etwas damit zu tun. Am reichsten sind die Menschen, die auf das meiste verzichten können. Der Strom der Wahrheit fließt durch Kanäle von Irrtümern. Schöne Tage, nicht weinend, dass sie vergangen, sondern lächelnd, dass sie gewesen. Wer Bäume setzt, obwohl er weiß, dass er nie in ihrem Schatten sitzen wird, hat zumindest angefangen, den Sinn des Lebens zu begreifen. Derben ist das Auslöschen der Lampe im Morgenlicht, nicht das Auslöschen der Sonne. Das Problem gilt für die ganze Welt. Kein Volk kann sein Heil dadurch erlangen, dass es sich von den anderen löst. entweder wir werden alle miteinander gerettet oder wir gehen alle miteinander unter. Wenn du weinst, weil die Sonne aus deinem Leben verschwunden ist, werden deine Tränen nicht davon abhalten, die Sterne zu sehen. Das Menschen soziale Welt gleicht einem Nebelsternsystem. Sie besteht zum größten Teile aus abstrakten Begriffen wie Gesellschaft, Staat, Nation, Handel, Politik und Krieg. Im dichten Nebel dieser Begriffe ist der Mensch verborgen und die Wahrheit verwischt. Arbeit und Ruhe gehören zusammen wie Auge und Lied. Was wir brauchen, um frei zu sein, ist die Liebe, die die Kraft hat, die Last der Welt freudig zu tragen. Wenn ihr einen Stein werft, wird er euch von hinten wieder treffen, weil die Erde rund ist. Dies Leben ist eine Fahrt über ein Meer, bei der wir auf demselben engen Schiff uns begegnen. Im Tode erreichen wir das Ufer und gehen jeder in seine Welt. Ein Verstand, der nur Logik ist, gleicht einem Messer, das nichts anderes ist als Klinge. Die Hand wird blutig beim Gebrauch. Meine letzten Grüße jenen, die meine Fehler kannten und mich liebten. Lasse den Abend die Fehler des Tages verzeihen und damit Träume gewinnen für die Nacht. Die Menschen wachsen in Täuschungen auf und sie müssen Täuschungen haben, um sich zu trösten. Wenn sich ein Tor des Glückes schließt, öffnet sich ein anderes. Aber oft schauen wir so lange auf das verschlossene Tor, dass sie das andere, das sich für uns geöffnet hat, gar nicht sehen. Der Schmetterling zählt nicht Monate, sondern Momente und hat genug Zeit. Der Mensch ist nicht ein losgelöstes Wesen, sondern ein Teil des Universums. Jedes Kind bringt die Botschaft mit auf die Welt, dass Gott sich von den Menschen noch nicht hart entmutigen lassen. In notwendigen Dingen die Einheit, in fraglichen Dingen die Freiheit, in allen Dingen die Liebe. Das ich bin erfüllt mich immer mit neuem Staunen. und dies bedeutet Leben. Die kleine Wahrheit hat klare Worte. Die große Wahrheit hat großes Schweigen. Die Tiefe einer Freundschaft hängt nicht von der Länge der Bekanntschaft ab. Du kannst keinen Ozean überqueren, indem du einfach nur aufs Wasser starrst. In der Stärke der Waffen zeigt sich die Schwäche der Menschen. Bei dem Streit um die Wahrheit bleibt der Streit die einzige Wahrheit. Lesen ohne Denken ist dasselbe wie Bausteine anhäufen, ohne etwas damit zu tun. Am reichsten sind die Menschen, die auf das meiste verzichten können. Der Strom der Wahrheit fließt durch Kanäle von Irrtümern. Schöne Tage, nicht weinend, dass sie vergangen, sondern lächelnd, dass sie gewesen. Wer Bäume setzt, obwohl er weiß, dass er nie in ihrem Schatten sitzen wird, hat zumindest angefangen, den Sinn des Lebens zu begreifen. Derben ist das Auslöschen der Lampe im Morgenlicht, nicht das Auslöschen der Sonne. Das Problem gilt für die ganze Welt. Kein Volk kann sein Heil dadurch erlangen, dass es sich von den anderen löst. Entweder wir werden alle miteinander gerettet, oder wir gehen alle miteinander unter. Wenn du weinst, weil die Sonne aus deinem Leben verschwunden ist, werden deine Tränen nicht davon abhalten, die Sterne zu sehen. Das Menschen soziale Welt gleicht einem Nebelsternsystem. Sie besteht zum größten Teile aus abstrakten Begriffen wie Gesellschaft, Staat, Nation, Handel, Politik und Krieg. Im dichten Nebel dieser Begriffe ist der Mensch verborgen und die Wahrheit verwischt. Arbeit und Ruhe gehören zusammen wie Auge und Lied. Was wir brauchen, um frei zu sein, ist die Liebe, die die Kraft hat, die Last der Welt freudig zu tragen. Wenn ihr einen Stein werft, wird er euch von hinten wieder treffen, weil die Erde rund ist. Dies Leben ist eine Fahrt über ein Meer, bei der wir auf demselben engen Schiff uns begegnen. Ein Verstand, der nur Logik ist, gleicht einem Messer, das nichts anderes ist als Klinge. Die Hand wird blutig beim Gebrauch. Meine letzten Grüße jenen, die meine Fehler kannten und mich liebten. Lasse den Abend die Fehler des Tages verzeihen und damit Träume gewinnen für die Nacht. Die Menschen wachsen in Täuschungen auf und sie müssen Täuschungen haben, um sich zu trösten. Wenn sich ein Tor des Glückes schließt, öffnet sich ein anderes. Aber oft schauen wir so lange auf das verschlossene Tor, dass sie das andere, das sich für uns geöffnet hat, gar nicht sehen. Der Schmetterling zählt nicht Monate, sondern Momente und hat genug Zeit. Der Mensch ist nicht ein losgelöstes Wesen, sondern ein Teil des Universums. Welcher der Sprüche hat dir am besten gefallen? Schreib es bitte in die Kommentare und schau dir unbedingt das nächste Video an. Schreib es bitte in die Kommentare. 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 Untertitelung des ZDF, 2020